Ich möchte eine Zeitung abonnieren. Welche Zeitung wollen Sie abonnieren? Ich möchte eine Tageszeitung abonnieren. Ich möchte eine Wochenzeitung abonnieren. Ich möchte eine Wochenzeitung abonnieren. Ich möchte eine monatlich erscheinende Zeitschrift abonnieren. Für welche Zeitung interessieren Sie sich? Für welche Zeitung interessieren Sie sich? Ich möchte diese über regionale Zeitung abonnieren. Ich möchte diese über regionale Zeitung abonnieren. Welches Abo wollen Sie abschließen? Welches Abo wollen Sie abschließen? Ich möchte ein Probeabo abschließen. Ich möchte ein Probeabo abschließen. Ich interessiere mich für ein Halbjahres Abo. Ich interessiere mich für ein Halbjahres Abo. Ich nehme gleich ein Jahresabonnement. Ich nehme gleich ein Jahresabonnement. Wollen Sie nur die Papierausgabe oder die digitale Ausgabe? Wollen Sie nur die Papierausgabe oder die digitale Ausgabe? Ich möchte nur die gedruckte Zeitung. Ich möchte nur die gedruckte Zeitung. Ich möchte nur ein Digital Abo abschließen. Ich möchte nur ein Digital Abo abschließen. Ich möchte nur dasiantrib essen. Ich möchte nur das System herausfinden. Ich möchte nur das dulzeraus cease haben, mit mich klaren Zeitung. Ich empfehle Ihnen die Digitalausgabe. Wann wird die Zeitung geliefert? Die Zeitung wird Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr in den Briefkasten gelegt. Ab wann möchten Sie die Zeitung erhalten? Ab wann möchten Sie die Zeitung erhalten? Ich möchte die Zeitung ab nächsten Montag erhalten. Ich möchte die Zeitung ab nächsten Montag erhalten. Ich möchte, dass das Abo im nächsten Monat beginnt. Bitte schicken Sie mir die Zeitung so schnell wie möglich. Bitte schicken Sie mir die Zeitung so schnell wie möglich. An welche Adresse sollen wir die Zeitung liefern? An welche Adresse sollen wir die Zeitung liefern? Ich wohne in der Baumstraße 5. Ich wohne in der Baumstraße 5. Wir haben verschiedene Angebote für unsere Abonnenten und Abonnentinnen. Wir haben verschiedene Angebote für unsere Abonnenten und Abonnentinnen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Liest du Zeitungen online oder die gedruckte Zeitung? Liest du Zeitungen online oder die gedruckte Zeitung? Hast du eine Zeitung abonniert? Hast du eine Zeitung abonniert? Liest du regelmäßig Zeitung? Liest du regelmäßig Zeitung? Vielen Dank.